ganz ehrlich das ding taucht nichts leute ihr seht für ein einsteiger als vereinsholster ist es okay aber sagen wir diese universal holster wenn man tatsächlich jetzt im geregelten wettkampf unterwegs ist ich glaube bringt nicht wirklich viel es gibt aber abhilfe meine anforderung wäre eigentlich dass ich ein holster habe dass ich für verschiedene waffen verwenden kann aber die waffe dort vernünftig drin gehalten wird aber auch dass ich die waffe vernünftig ruckel frei aus dem holster ziehen kann wenn ich sie benötige um eine serie zu schließen und da möchte ich euch was vorstellen mit freundlicher unterstützung vom online shop sportshooter.de habe ich das neueste double alpha wettkampf holster zur verfügung gestellt bekommen um ein review darüber zu machen es ist das double alpha alpha x der nachfolger vom double alpha race master dieses holster ist quasi ein universal holster und wird dazu gemacht um verschiedene waffen damit abdecken zu können ohne jedes mal komplett neues holster verwenden zu müssen wir machen jetzt erstmal ein kurzes unboxing der lieferumfang vom holster korpus beinhaltet das holster selber also der eigentliche korpus der der holster träger zwei schräubchen und werkzeug das werkzeug wird auch benötigt aber keine angst dass es jetzt keine wie ich es immer so schön sagen raketenwissenschaft um dieses ding zusammenzusetzen die werkzeuge haben ihre unterschiedlichen funktionen so natürlich mit dabei auch eine kleine broschüre lieferumfang wie auch immer der zusammenbau ist eigentlich relativ selbsterklärend was man für dieses holster noch benötigt sind diese verriegelungs blöcke bei dem alpha x passen die verriegelungs blöcke der race master serie mit rein das heißt man braucht wenn dann eigentlich nur den neuen korpus und nicht alles komplett neu kaufen das heißt das ist also relativ unproblematisch ich habe jetzt hier ein verriegelungs block für den smith & wason k&l rahmen und was ihr links liegt für eine 1911 plattform das ist eigentlich verhältnismäßig unspektakulär am anfang dieser verriegelungs block wird letzten endes genommen und in diesen korpus eingesetzt dann brauchen wir ein klein wenig werkzeug es ist alles erforderliche werkzeug ist mit dabei was man für die für das zusammensetzen und für die nutzung des holsters benötigt so diese zwei schrauben benötigt man auf der rückseite des korpus um den verriegelungs block im korpus zu verankern also befestigen und dafür benötige ich den kleinsten im bus schlüssel ich rate immer davon ab die dinger hier gnadenlos fest zu ballern einfach nur hand warm und das war schon ist es holster im großen ganzen einsatz bereit das heißt rein und es ist ein und es kann verwendet werden so ich habe jetzt hier ein riegel der verhindert dass die waffe herausfallen kann wenn ich den raus nehme kann ich ihn ziehen so der verriegelungs block funktioniert auch nur wenn heruntergelassen also hier hinten haben die gehen den mechanismus für die verriegelung wenn der unten ist jemand geht dieser block nach unten und dann wird das ganze ding hier hinten drin verriegelt sieht man jetzt leider gottes in der kamera nicht so wirklich so ich habe weiteres werkzeug dabei und zwar habe ich die möglichkeit die die holster einheit also den träger auch zu verstellen dafür habe ich diesen t im bus dabei aber hier diese vorder schraube leicht lösen dann kann ich das ding frei im winkel und in neigung so anpassen wie ich es für richtig halte und mit einer leichten neigung vorne zum beispiel und wieder festziehen und das war es auch schon dann habe ich wenn ich das ding senkrecht habe habe ich eine leichte leitung der mündung nach vorne dass ich also quasi so entschuldigung wenn ich den verriegelt senkrecht habe habe ich dann hier einen leichten winkel nach vorne und kann dann die waffe mehr hoch und nach vorne raus ziehen das ganze ding ist innen magnetisch dass die waffe also auch ohne diese verriegelung so weit hält aber nur bedingt also das ist jetzt kein gnadenlos festes halten sondern das ist ein es bleibt drin hier hinten habe ich den alte mechanismus für die für die koppel sie ist halt natürlich ausgelegt für die verwendung auf der double alpha koppel hier die pro kommt zum montieren relativ einfach erneut den kleinen inbus nehmen diese schrauben hier raus nehmen die hinteren weit genug lösen dass ich die diese flaschen hier raus hoch und weg drehen kann und dann nehme ich das ganze ding und setze es dort hin wo ich es haben will es ist sehr sehr presst das muss ich ganz ehrlich dazu sagen was ich für ein bisschen unglücklich gelöst finde um es ehrlich zu sagen weil es ist relativ schwierig das holster dort tatsächlich einzusetzen man kann aber auch hingehen und kann jetzt hinten diese schraube raus machen und zwar ein bisschen handlicher zu machen diese schraube raus machen und dann kann ich den träger block der an die koppel kommt rausnehmen und hat dann ein bisschen mehr freiheit beim positionieren wenn die erste schraube drin ist zieht sich die koppel sehr schön in das in den träger rein und dann ist das alle schön bündig da dies so presst dran ist muss man die jetzt auch nicht wahllos fest ballern sondern einfach nur schön handwarm anziehen dass man auch ja diesen alu block nicht irgendwie beschädigt so dann kann ich mal ein bisschen zu machen träger wieder nehmen einsetzen schraube von hinten festziehen und das holster sitzt vorteil ist natürlich jetzt dieses teil wird sich nicht mehr groß bewegen das heißt einmal positioniert bleibt es immer da wo man es positioniert hat ursprünglich die position ist immer die gleiche wie ich gerade gezeigt habe habe ich die möglichkeit den holster träger durch entfernen der einen schraube hier raus zu nehmen zum beispiel für den transport wenn man das teil das holster schonend transportieren will man das vielleicht flugreise oder ähnliches habe ich die möglichkeit das entsprechend runter zu nehmen und dann einfach wieder dran machen und es ist immer wieder an der gleichen stelle ich habe natürlich auch die möglichkeit die höhe anzupassen durch ein lösen dieser schraube hier hinten drin in der kugel löse ich hier hinten die verriegelung und ich kann das holster in der höhe verschieben der eine mag es ein bisschen höher der andere mag es ein bisschen tiefer je nach anatomie je nach körper kann das durchaus mal erforderlich sein so hat man seine position seine höhe definiert schraube wieder festziehen und es ist wieder arretiert ihr seht es ist für alles das richtige werkzeug dabei dass man also nicht groß suchen muss was ich dafür brauche der vorteil hierbei ist natürlich auch ich habe jetzt hier meine serie 70 mk 4 19 11er und ich habe eine gold cup ich verwende ja parallel auch ein oder ich benutze ja eigentlich ein blackhawk serpa cqc holster und da habe ich zum beispiel schon das erste problem das ist ein passform holster und da passt zum beispiel die gold cup nicht so wirklich rein aufgrund dieser visierschiene die obendrauf ist ist es alles ein bisschen enger und das macht es schon wieder ein bisschen schwieriger beim ziehen der waffe so und jetzt zeige ich euch wie dieses holster als solches funktioniert so oder ihr seht das erstmal nur meinen rumpf damit ihr auch entsprechend damit auch wirklich sehen könnt was hier mit dem holster gemacht wird da wundert euch nicht ich persönlich habe mir von dem schützen max michell abgeguckt dass die koppel verkehrt rum zu tragen wir legen die koppel wie gewohnt an ihr seht das holster ist direkt an der richtigen stelle so und jetzt jetzt habe ich die waffe verriegelt und das heißt ich kann sie auch so erstmal nicht ziehen ich habe den verriegelungshebel habe ich eingestellt damit jetzt die waffe erstmal verankert ist will ich die waffe ziehen kann ich mit dem mittelfinger hoch und die waffe ist sofort griffbereit holstern und rein ziehen und rein ziehen und rein so als fazit kann ich sagen dieses holster ist hervorragend verarbeitet hat auf jeden fall seinen platz ich selber bin ja kein ipsc schütze wo diese holster art eigentlich ihr zu hause hat aber selbst bei mir im pdmp benutzen viele diese race master serien holster für die ppc 50 100 serien und so weiter also durchaus verwendbar in anderen verbänden als jetzt nur im bereich des ipsc der zusammenbau der einsatz die einstellmöglichkeiten machen dieses holster sehr sehr flexibel einsetzbar und sehr sehr gut nutzbar für den einzelnen auch gut verwendbar das holster ohne verriegelungsblock kostet 159 euro die verriegelungsblöcke je nach waffentyp ab 50 euro hier am beispiel des verriegelungsblock für die 1911er dieser liegt bei 50 euro für den smith & wason k und l rahm liegt er 10 euro teure bei 60 euro das heißt habt ihr eine waffe zum beispiel eine 1911er braucht ihr die 159 euro plus 50 euro für den verriegelungsblock sind wir bei 209 euro zuzüglich versandkosten natürlich aber inklusive steuer ein bisschen schade an der ganzen geschichte so gut durchdacht es auch ist finde ich dass ich nach wie vor auch werkzeug benötige um zum beispiel ein verriegelungsblock zu tauschen ich persönlich ich bin mit mehreren waffen an einem weckkampftag unterwegs würde sogar eher bevorzugen wenn ich das komplett werkzeuglos machen könnte dass diese zwei schrauben auf der rückseite komplett wegfallen würden damit ich einfach nur ein verriegelungsmechanismus habe aus klinken raus neue rein verriegeln und fertig dann laufe ich nicht gefahr dass ich vielleicht die im busschlüssel mal vergessen habe ich laufe nicht gefahr dass ich vielleicht beim rausdrehen die schräubchen verlieren würde oder ähnlich aber ich denke mal da muss jeder selber sich seine gedanken dazu machen ist nur meine ganz persönliche meinung preis leistungsverhältnis ist bei diesem holster sehr sehr gut ja es kostet relativ viel geld wenn ich überlege ich habe vielleicht eine waffe für 350 euro und ich kaufe mir holster für 210 euro ok aber das ist ein holster das hat man lange lange jahre ich habe eine sehr sehr gute qualität gehäuse aus aluminium das geht so schnell nicht kaputt ich habe die möglichkeit dieses holster für unterschiedliche waffen zu verwenden indem ich die zusätzlichen verriegelungsblöcke kaufe habe ich bereits ein race master kann ich die verriegelungs blöcke übernehmen kaufe ich mir dieses alpha x mit einem anderen verriegelungsblock habe auch zusätzlich ein race master zu hause liegen kann ich ja untereinander tauschen also bietet durchaus seine vorteile ein weiterer vorteil ist natürlich auch dass ich den halte mechanismus von der von dem holster an der koppel dass ich den fixiere er hat auf der innenseite eine minimale auflagefläche das heißt es nur diese zwei blechstreifen die letzten endes mit den vier schrauben das ganze ding halten das bedeutet der innen klett von der double alpha koppel hält tatsächlich auch an dem untergürtel fest nicht wie bei manch anderem holster dass da der kydex block hier oder der die der gürtel halter für die kate für das kydex holster hier oben noch mit drauf liegt und damit hier keine verbindung zwischen dem holster und dem untergürtel stattfindet und damit habe ich da einen einen losen bereich wenn ich jetzt überlege ich habe noch hier meine magazin halter dran und so weiter verliere ich ja immer mehr und mehr kontaktpunkt und damit wird die koppel natürlich wieder ein bisschen instabil am gürtel aber alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen ein hervorragend gefertigtes holster ist richtig interessant lässt sich gut gut holstern und gut entholstern ist eigentlich eine saubere sache mein dank geht natürlich an sportshooter.de dass ich mir dieses holster zur verfügung gestellt haben vielen herzlichen dank dafür besonders weil dies mein erstes in dieser form gemachte review ist das heißt wenn es ein bisschen stoppt und steinig ist tut mir leid aber ich lerne ja auch nur dazu wenn das video gefallen hat super teilt das video erzählt weiter und abonniert meinen kanal in diesem sinn bis zum nächsten mal